Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ihr Lieben, ich habe mir heute gedacht, wir starten mal nicht auf dem Meer, sondern direkt wieder im Ort. Ja, wir sind hier wieder im Hafenbereich, allerdings ein bisschen außerhalb. Rechtsrum geht es einen Weg raus, da hinten ist eine Brücke, über die kommt ihr praktisch hierher. Wir stehen also gerade auch in einem Ebbe-Bereich, das heißt momentan ist das Wasser recht niedrig. Es sollte aber jetzt langsam Richtung 12 Uhr mittags wieder steigen. Was machen wir heute Schönes? Und zwar, mein Setup heute wie folgt. Oh, Sekunde. Mein Setup heute sieht wie folgt aus. Wir haben eine Poseidon Sensi drauf. Ja, ich lasse sie euch kurz offen. Wir kennen sie natürlich schon aus dem Video vorher. Meeresangeln 5%. Ich nutze eine Beluga Venga heute mal. 60 Kilo Equipment bis 55 Kilo Fluro. Ein 6er Haken. Ja, heute mal etwas kleiner. Ein Linz Twister. Und dann geht es los. Wer Beifänger schon nutzen kann, nutzt ihn bitte fleißig. Wir haben hier Maggot 4002 in so gesprengeltem Drau-Schwarz, kann man sagen. Mit fluoreszierenden Perlen. Überall zwei Nuller Haken drauf. Hier ein Maggot in Rot mit roten Perlen und ein Maggot in Schwarz mit schwarzen Perlen. Was haben wir denn damit vor? Ganz einfach. Erst einmal, ich stelle mir ein Clip ein auf 45 Meter. Diese Info stammt aus der russischen Riege der Angelexperten. Ich wollte es heute gerne mal mit euch testen. Und wir werfen also auf 45 Meter geklippt aus. Das reicht bei der hier ungefähr so bei 90, 93 Prozent. Okay, vielleicht doch nicht. Warte mal, wir holen das nochmal ein. So, fliegt raus. Notfalls hauen wir es voll raus, so gut es geht. Jetzt ist es auf jeden Fall etwa auf 45 Meter rausgeflogen. Wir lassen das Ganze absinken. Einholgeschwindigkeit drehen wir auf 30. Und wenn es so weit unten angekommen ist, wir können es auch offen lassen. Es dauert meistens ein bisschen. Aber fangt einfach mal an einzukurbeln. Denn so die ersten 5 bis 10 Meter erkennt ja die Grundführung nicht so gut. So ab 40 bis 35 haben wir Bewegung in Grundnähe. Und was ich jetzt im Grunde mache, entweder ich mache eine volle Umdrehung oder ich setze halbe Umdrehungen an. Das Ganze triggert ab einem bestimmten Zeitpunkt das Jing. Oder auch nicht. Sollte es aber. Und was wir hier versuchen zu angeln, sind Aalmütter. Denn Aalmütter sind gestern schon ein paar reingegangen. Und ich sehe gerade, hier ist der erste Biss eingegangen. Es könnte auch ein Seeskorpion sein. Den hatten wir gestern auch schon dabei. In dem Fall ist es aber eine Aalmutter. Und darauf werden wir uns heute hinstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir angeln los. So, Einholgeschwindigkeit ist eingerichtet. Konstellation steht. Mal gucken, was hier noch so reingeht heute. Ich habe gestern schon mal ein bisschen angefangen, auf Aalmütter zu testen. Ihr seht, fünf Auswürfe, fünf Aalmütter. Das Ganze hier in einem Zeitraum von vier Minuten. Also acht Stunden 22 versus acht Stunden 26. Ist eine schöne Ecke, aber es war gestern Abend schon etwas später. Deswegen habe ich mir gesagt, gut, dann eben heute. Jetzt haben wir auch eine Jig-Führung schon mal. Und jetzt haben wir schon direkt einen Biss dran. Das ist sehr gut. Auch einen stärkeren tatsächlich. Sollte das eine Aalmutter sein, ist sie aber ganz schön groß. Ne, ist eine Makrele tatsächlich. Wollte schon sagen, das wäre eine gute Aalmutter geworden. Zack. Ist die erste Makrele jetzt hier an der Stelle. Mal gucken, was da noch kommt. Aber wenn Makrelen da sind, freue ich mich auch, weil, naja, Makrele hat halt auch den gewissen Vorteil, dass wir sie verarbeiten können. Und Makrelenfilets sind seit unserer letzten Session mit Köhler versus Makrelenfilet ja auch schon so ein bisschen, sage ich mal, verbraucht worden. Deswegen nehme ich das sehr gerne. Da haben wir den nächsten Biss. Wollen wir mal schauen, ob wieder eine Makrele dranhängt oder eine Aalmutter diesmal. Da kommt eine Aalmutter mit 251 Gramm. Sehr schön. Gleich wieder raus, das Ding. So, die nächste Aalmutter. Ist natürlich für die Happy Hour auch was Schönes, ne? Ein bisschen frequent Aalmutter angeln. Kann man schon mal mitnehmen, ne? So, da kommt das nächste Etwas. 373 Gramm Aalmutter. Wieder 14.000 EP. Let's go. Nächste Runde. Zack. Kann sich bisher sehen lassen. Die ersten 6 Minuten, 4 Aalmutter. 3 davon maßig. Und wie wir wissen, wo die Kleinen sind, sind auch die Großen, ihr Lieben. Also kommt zum Steg. Schnappt euch euer Setup. Bei mir ist es ein etwas leichteres. Bis 55 Kilo. Sehr leichtes Setup. Und mit Beifingern Maggot. Auf jeden Fall ganz interessant bisher. Das wären beides Fische tatsächlich, die ich auch noch bräuchte. Sowohl der Seeskorpion als auch die Aalmutter als Trophy. Das wäre natürlich ein Träumchen. Mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja was. Verlack fehlt mir auch noch. Oh, da hängt die nächste dran. Sogar mit 400 Gramm. Die werden immer größer. Schau mal. Die werden immer größer. Mal gucken gerade nach Gewicht. Ist die größte gerade bisher. Dabei hat man das gar nicht so gemerkt auf der Angel. Man muss halt wirklich sagen, dass das hier sehr entspannt ist, gerade zu stehen. Und einfach nur ein bisschen zu kurbeln. Das verschleißt nicht großartig. Und es kommen schöne kleine Fische da rum. Die ein bisschen was wert sind im Café nachher. Beziehungsweise im Fischmarkt. Kann man mal einen ganz gechillten machen. Und einen Versuch starten auf eine Aalmutter Trophy. Nächste Aalmutter 381 Gramm. Oh, das war direkter Biss. Was hängt da dran? Ist das eine Aalmutti? Jo, die könnte ein bisschen größer sein, Leute. Ah, auch 344. Aber ist beim Absinken schon dran gegangen, direkt der Fisch. So, Zwischenfazit. Zwölf Minuten geangelt und sieben Aalmutis. Lässt sich auch relativ entspannt eine Jig-Führung tatsächlich aufbauen. Und dann geht's. So, ich bin ein bisschen größer. 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 185 Gramm Aalmutter Zack Also hier kann man wirklich ganz gezielt das Ganze machen Geht echt gut was rein Muss halt nur noch der richtige Größenfall dabei sein Oh, da hängt schon was dran Wollte gerade sagen, der hat doch plötzlich schneller gekurbelt Das merkst du dann doch schon relativ zeitnah Oh, eine Sardine, cool 51 Gramm Mal wieder so einer dieser Fische, die ich jetzt nicht unbedingt darauf erwartet habe Auch wenn wir natürlich mit kleinem Haken arbeiten Aber ja Also Köhler, Makrele und Sardine sind sicherlich nicht die häufigsten Besucher auf der Angel Oh, das ist ein etwas stärkerer Biss Wenn das eine Almutti ist Ja Ja 350 Gramm etwa Schön Schönes Ding Oh Das ist aber ein guter Biss Das wird wohl keine Aalmutter sein, denke ich mal Vielleicht wieder ein Köhler Ja Sind aber auch tendenziell etwas kleinere Köhler Da lassen sich gut und gerne Filets draus machen ohne dass man sich anstrengen muss dafür Und da haben wir eine schöne 490 Gramm Aalmutter dran Sehr cool Jawohl Gute Größen auf jeden Fall Geht aber noch ein bisschen mehr 490 ist gerade PB in der Session 436 hatte ich davor Vor 10 Minuten Kann man mal mitnehmen würde ich sagen Also wenn es sich schon so anbietet Ich meine Aalmutter fand ich immer schon ganz interessant War meistens ein zufälliger Beifang Aber jetzt natürlich mit sowas wie Wie Beifängern ist das nochmal ganz was anderes Und auch sehr interessant anders Das wäre schön wenn das eine Aalmutter wäre Ist aber auch eine Makrele Leute Die kommen hier auch hin und wieder rein Hui Ich bin auch irgendwie ganz stolz darauf Dass es nicht Null zerbrochene Routen Und null zerbrochene Rollen sind So komisch das jetzt klingen mag Aber ich persönlich freue mich halt einfach Dass ich Fehler gemacht habe Aus denen ich nun im Nachgang lernen konnte Weil es einfach hier eine Community gibt Die sich kümmert Weil es tolle Leute sind Die hier dir Tipps geben können Weil es tolle Leute sind Die sich zu Freunden weiterentwickelt haben Und es ist einfach schön So da kommt wieder was Was denn diesmal Eine Aalmutter Ne ist diesmal ein Seeskorpion Schade Immer wenn es so ein bisschen Was schwereres dran ist Dann habe ich die Hoffnung Na vielleicht ist es mal Eine etwas größere Aalmutter Aber kam leider bisher noch nicht dazu Da kommt der nächste Ach guck mal Makrelenhechte sind hier auch Wie schön Sogar gar nicht mal so klein Wenn man sich den mal anguckt Mit seinen 217 Gramm Ich habe jetzt mal ein Ticken weiter ausgeworfen Wo ich so ein bisschen hier In die etwas tieferen Gefilde Weil wir ziehen ja hier auch So eine Schräge mehr oder weniger hoch Kann man mal gucken Was sich da noch so ergibt Wenn man sich da nämlich ein bisschen Zeit zwischendurch lässt Hat der Köder auch nochmal Gelegenheit abzusinken Jetzt ist er nämlich da in 40 Metern Entfernung Im Grund Nee es liegt ein bisschen tiefer So Gucken ob da was größeres an Aalmutter dran ist Da oh ja oh ja Ah ja gut Wirkt jetzt erstmal größer als sie war 191 Gramm Aber ist auch wenigstens da Notfalls klippt es euch auf 45 Meter Zack Da hinten hat er jetzt gebremst Und dann holt er es euch so 5 bis 7 Meter ran etwa Damit es dann Bodenberührung hat Und dann versucht er mal euer Glück Da hängt die nächste Aalmutter dran Mit 148 Gramm Zack Also das geht hier wirklich am laufenden Band raus Das ist echt genial Hätte ich nicht gedacht dass das hier so gut läuft Aha Oh eine schöne mit 355 Gramm Sehr cool Nehmen wir mit Ne ist ein Seeskorpion Ein 1 Kilo Seeskorpion Alle hopp Auch ganz interessant Der Kaffeeaufträge wegen So 6x600 Gramm Kann man am Ende mal gucken Wenn man genug hat Ob sich das eventuell lohnt Und ob da vor allem der Auftrag auch da ist Alles gut So da hängt noch mal eine dran 189 Gramm Die gibt noch mal ein paar Prozente Uns fehlen jetzt noch 1,8 Dann können wir auch die Seiten am Montage Die zusätzliche nutzen Das wäre ganz cool So da kommt die nächste Einmal 210 Gramm bitte Dankeschön Zack Und wieder raus So ihr Lieben Wir sind wieder zurück im Hafenbereich Und jetzt geht es natürlich darum zu gucken Was bringen denn uns die Fischchen ein Die wir da gezogen haben Im direkten Verkauf Werden wir mal gucken Nach Preis geordnet Haben wir 455 Silber in einer Stunde gemacht Und zwar meistens mit Aalmutter Also man sieht schon so Ab 400 Gramm ist da schon echt was dran Beziehungsweise auch ab 300 Gramm schon Für eine Stunde von Land aus Finde ich sind 455 Silber echt noch ein gutes Ergebnis Kein Ticket zu zahlen Nicht Einfach der bare Betrag Wenig Verschleiß auf der Rolle Weil du einfach wirklich sehr kleine Fische dran hast Und dafür aber wirklich ein gutes Auskommen Richtig geil eigentlich Und wie gesagt Die Trophy ist sicherlich auch noch da unten Ich hoffe ihr fangt eine Würde mich freuen Wenn es auf jeden Fall was Schönes für euch gibt Und sage Dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Halt, halt, halt Leute Jetzt nicht so schnell Stopp, 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 stopp Ich muss nochmal kurz was sagen Also ihr Lieben Erstmal richtig vielen Dank Für diesen krassen Support Hier für meine Videos auf YouTube Ich hätte nicht gedacht Dass es in so kurzer Zeit Wirklich so viele Aufrufe auf meine Videos gibt So viel Support So viele liebe Kommentare So viel unterstützende Worte Vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal An alle An euch alle Die ihr da draußen sitzt Vielen Dank Und es gibt noch einen kleinen Zusatz Denn nach dieser Session Die ich euch hier gerade gezeigt habe Waren wir nochmal unterwegs Und haben Genau Ein Turnier auf Ahlmutter gemacht Und da ist was passiert Diese kleine Situation Möchte ich euch gerne noch zeigen Und damit das Video dann beenden Viel Spaß dabei Schon ordentlich was dabei Da kommt Oh Oh Okay Ja Das war mal ein schönes Getrommel Das habe ich bisher nur einmal Glaube ich gehört Huch Das ist ja eine schöne Überraschung Mensch Guck mal Der ist schon richtig Der ist schon richtig ramponiert Hier der Kollege Huch Okay Ja Tada Überraschung Überraschung Ich habe da eine seltene Trophäe gezogen Und ich bin gerade ein bisschen sprachlos Okay So mitten im Turnier Well Lass ihn frei Gibt auf jeden Fall gut XP Was bringt denn der im Verkauf ein Ist nicht so viel Ich weiß es ist verrückt Aber ich mache es Neue Errungenschaft Wenn du mich liebst Lass mich gehen Ja Okay Wir Es ist Was ist Zhu Moderating Oder Es Das STna Danke Bis zum nächsten Mal